Wer sagt was? Machen Sie mir doch mal das Kleid auf. Ja, ich... ich kenne diese Leute nicht. Ja, ich kenne sie auch nicht. Wir sind davon überzeugt, dass das jüngste Gericht noch in unsere Lebenszeit fallen wird. Sie sollten auch davon überzeugt sein. Ja, und wozu wäre das gut? Dann würden Sie aufhören, dieses Leben zu führen. Was wissen Sie denn davon? Ich weiß es. Sie leben wie viele, wie die meisten. Ohne Bedenken, ohne Maß. Was sind Sie vom Beruf? Student. Können Sie Sprachen? Ich kann Griechisch und Latein und von den neuen Sprachen Französisch. Könnten Sie mir Sprachunterricht geben? Ich bezahle es. Ja, gern. Wir... wir können zusammen das Markus-Evangelium übersetzen. Das ist das Leichteste. Sprachlich meine ich. Was? Sie sagen doch, Sie...